Ja hallo Freunde hier ist wieder der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play von Rise of the Tomb Raider und wir sind mit Lara hier unterwegs. Zuletzt haben wir den Typ hier ausgeschaltet. Plündern den nochmal und ja ihr wisst es wir haben gesehen wie mehrere Kerle hinter einem Mädel und einem Kerl, einem anderen Kerl hinterher sind. Da gab es eine kleine Auseinandersetzung und dann hat der Mann hier, dieser Typ hier hat das Feuer von meinem Camp entdeckt, hat mich hier aufgestöbert, aber ich konnte ihn in einen Hinterhalt locken und habe ihn plattgemacht. Ich habe plattgemacht und ja wir müssen an den Bären vorbei in diese Mongolenhöhle müssen wir es reinschaffen, weil es da wohl irgendwie weiter geht und das ist jetzt unser Auftrag. Aber wir sind jetzt erstmal hier in diesem Wald und haben, meine ich, noch ein oder zwei Typen gegen uns. Okay, lautloser Kill war das. Plündern wir. Und jetzt müssten wir eigentlich die Typen alle erledigt haben, oder? Und die Pfeile hier noch mit. Das Lager, ne das Lager benutzen wir jetzt nicht. Das Lager benutzen wir jetzt nicht, wir müssen jetzt aufpassen. Schleichen oder kämpfen sie sich an den Trinity Soldaten vorbei? Also es sind hier noch mehr von den Typen. Das ist ja klasse. Du machst schon mal keine Meldung mehr, mein Freund. Giftwolkenpfeil, oder was hat jetzt da gestanden? Giftwolkenpfeil. Boah, das ist noch einer. Raffen und weg. Ich glaube, jetzt haben sie mich entdeckt. Ich stehe unter dem Schuss. Wie lange lebt denn der noch? Da ist der Kerl. Ja, den haben sie ja wohl platt gemacht, ne? Das sind doch bestimmt noch von den Typen. Alle Teams' Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald fallen gelegt. Hat die Däumen doch alle Platz gemacht. Die haben wir doch alle platt gemacht hier. Fast alle. Da war noch einer. Achtung, das Uplink ist noch defekt. Es gibt Störungen bei allen Übertragungen. Wir haben das Kondomsteam noch nicht gefunden. Das ist immer noch unser Primärziel. Das war's doch, oder? Das war's doch. Wir haben das Tal gesäubert. Hier gibt es keine Soldaten mehr. Glaube ich nicht. Nur wo ist die Tussi hin? Wo ist die Tussi hin? Was haben wir hier jetzt eigentlich für Ziele? Haben wir hier? Ja, hier haben wir noch was. Okay. Absperrbarrieren. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen, um die Absperrbarrieren zu zerstören? Gucken wir mal her, was die hier noch an, in ihrer tollen Base. Ha, hier haben wir ja mal Kohle abgeknallt hier. Ja. Och, Lara. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Genau. Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen. Drücken Sie zum Plündern. Guck mal. So. Noch was hier. Kuh. Ein Generator. Noch ein Generator. Hm. Das ist vielleicht eine Idee. Da unten mit dem, äh. Da war doch hier. Irgendwie nutzen Sie eine Waffe oder eine Sprengladung oder sowas. Oh. Lara. Kannst du beim Sprengen nicht mal den? Ja. Den Kanister festhalten. Das gibt es doch gar nicht. So. Jetzt schmeißen wir mal den Kanister. Wo ist denn die scheiß Höhle hier? Die war doch eine Höhle. Hier. Wie, 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 wie kann ich den hier noch hinwerfen? Linke und rechte Maustaste gedrückt halten. Hat das Wort genutzt? Weiß ich nicht. Wo soll man jetzt? Oh. Ey. Hier sind noch Pilze. Na, Gott sei Dank. Ich hab sie gefunden. Ein mongolisches Banner. Eine Art Fahne, die an einem Speer befestigt wurde. Das hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Das ist doch ein Helm. Das ist doch irgendwie so. Ein Helm mit Haaren oder so. Na ja. Okay. Das sieht auf jeden Fall mitgenommen aus. Mitgenommen. So, wir sind die Pilze. Komm. Hier. Pilze. Hierher. So. Jetzt haben wir, glaube ich, die Pilze, um die Giftpfeile zu machen für unseren Teddybär. Ja. Und hier war noch irgendwo. Jawoll. Das nehmen wir nur mit hier. Lara. Das nehmen wir nur mit. So. War hier noch was? Oder ist hier Ende in der Höhle? Ne. Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Das hier. Ah. Federn. Okay. Federn waren da drin. Da ist noch so ein bisschen Flaschen. von dem Zeug. Nehmen wir auch mit. Hier geht's nicht durch. Scheiße. Drücken wir mal kurz auf die Karte. Okay. Ist noch irgendwo ein Dokument. Forscher Tasche. Aha. Wegpunkt sitzen. Ah. Cool. Jetzt kann ich also hier zu dieser Forscher Tasche. Okay. Ja. Wie komme ich hier wieder raus? Hier wieder hoch. Komm Lara. Geh mal ein bisschen Gummi. Wir haben auch hier was zu tun. Außerdem ist man ins Lager. Wir müssen aus diesen Pfeilen. Da ist diesen Pilzen. Da müssen wir nur noch so Giftpfeile machen. Für den Teddy. Für unseren Teddybär. Wo sind die Forscher Tasche? Ach. Ja. Okay. Weiter. Unten ist noch irgendwas. Was ist denn jetzt? Was war das da? Ach so. Alles klar. Hier ist die Forscher Tasche. Hier oben ist die Forscher Tasche. Die holen wir natürlich noch mit. Oder war nichts drin, ne? Karte aktualisiert. Also das ist die Höhle. Von den Bären. Münzversteck haben wir noch. Okay. Ich würde sagen. Das war das Relikt. Das war die andere Höhle. Ich würde sagen. Wir gehen hier lang. Münzversteck. Und dann oben in die Base. Und machen uns die Pfeile. Damit wir jetzt endlich den Bären angreifen können. Die Typen hier. Die sind ja down. Was ist hier noch? Was? Können wir hier hoch? War hier noch irgendwas? Ja. Das sind nur so komische Generatoren. Wahrscheinlich sind die für das Licht, ne? Die können ja eigentlich nur für das Licht sein. Kann man hier irgendwas bedienen? Nö, ne? Ne. Okay. Dann ab in die Base. Wo war die Nummer? Wo haben wir denn jetzt unseren Zielpunkt hingesetzt? Also sag mal. Ah, ganz nach links. Da hängt immer noch der Typ. Aber wo ist das Mädel? Wo ist die Tussi hin? Die ist doch geflüchtet. Okay. Okay. So, wir sind in der Base. Und jetzt das Lager benutzen. Wir wollen jetzt die Pfeile hier herstellen. Waffen, Waffen, Waffen. Fähigkeiten? Nee. Waffen. Upgrade. Ähm, provisorischer Langbogen. Für die habe ich kein Zubehör. Ja, ich, äh, nee, ich will ja, ich will ja die Pfeile, ich will die Pfeile machen. Wie kriege ich die Pfeile? Inventar Munition, ja genau, das war es doch Geräuschlose Pfeile, nein Ich Voll, 2 von 2 Giftpfeile Inventar 2 Ja, da fehlen mir ja immer noch Pilze Das ist doch scheiße Ha, scharf Patronenhalter Also ich habe gerade überhaupt keinen Schimmer Ja, also das ist meine Ressourcenliste, wie es aussieht Ja, da fehlen immer noch Pfeile Hier, Pilze Ich habe doch Das verstehe ich nicht Ich hatte doch schon drei Pilze, sagte ich doch schon Das ist doch echt scheiße Okay, Kämpfer, Jäger, Überlebender Atemkontrolle Randbomben Das nehmen wir Auge für Details So Waffen Upgrade Upgrade verfügbar Gewickelte Sehne Zack, haben wir gemacht Beschliffene Klinge So, das haben wir jetzt auch gemacht Gut Also ich habe immer noch nicht die Pilze Und ich habe auch keinen Schimmer, wo ich jetzt die Pilze herkriegen soll Also es ist einfach geil Wo sind die scheiß Pilze, die ich noch brauche? Mein Missionsziel ist ja immer noch Ja, schleichen sich zu den Trinity-Sodaten vorbei an die Höhle Ja, keine Ahnung Vielleicht hat sie ja auch Gift für Wolken, Pilze gemacht Ich Äh, 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 Gift Wolken, Wolken Ja, blablab Ne Also vielleicht hat sie die Pilze Diese, diese, diese Pilze Also jetzt reicht es langsam Vielleicht hat sie diese, äh, Pfeile ja selber gemacht Und man muss da gar nichts mehr dafür tun Ne Wir, äh, versuchen jetzt einfach mal wieder zu den Bären zu kommen Ganz einfach Ihr wisst, wo ich hier bin Verdammt, er ist noch da Na klar ist er noch da Oh, wo? Wo ist die Sau? Zeig dich Die Frage ist, äh, soll ich jetzt hier abspeichern? Das ist die Frage Ich glaube, das mache ich auch Äh, äh, man spielt speichern Ähm, ja, ja, hier speichern wir jetzt Ja Sicher, sicher So Besiegen sie den Bären Ausgefeilte Pläne Ja, super Gibt es hier noch etwas? Was liegt denn hier noch? Das ist klasse Oh, vor allen Dingen, wo ist er? Ist er in der Höhle? Kann ich doch hoch, oder? Also noch Pfeile Ja, ich muss in die Höhle Okay Voll Na dann, Freunde Es wird uns nichts anderes üppig bleiben, als in die Höhle zu gehen Zu eng zum Kämpfen Ich locke ihn raus Ich werde uns nicht machen, als in die Höhle zu gehen also so so geht es nicht so geht es nicht also ich lucke ihn raus und dann müssten wir irgendwo hochklettern oder so es geht ja nicht oder wir müssen dann hier mit ihm kämpfen am besten hier immer so um den ok wenn ich irgendwie verletzt oder so also dann hier waren auf jeden fall noch pilze das macht sinn ja ich habe zwei gift pfeile und 25 normale pfeile zu kämpfen ich locke ihn raus ich habe ihn ich habe ihn freunde 2g pfeile um mann gleich mal bärenfeld hier holen erstellen sie in lagern im bärenfeld hohentwickelte ausrüstung stark da her damit geschenke pack erhalten überleben überleben überlebenspack oder was ich habe die ratte platt gemacht ein bärenfeld so das haben wir jetzt für ziel und die höhle nach einem ausgang okay aber das mal das nehmen wir gerne mit die pfeile hier die sollten ich möchte auch mitnehmen kommt hier war noch irgendwo pfeile nehmen auch mit so ich sehe wie sie sehen sehen sie nix pfälse cool also mittlere maustaste kannst du pfeile herstellen was haben wir hier aha aha da war nix kiste ist es immer gut leere kiste okay auch gut das heute hier mal immer das feld mit so was haben wir hier große kiste große kiste hallo automatische pistole ja eine automatische pistole macht sinn da hinten liegt noch der prophet und seine anhänger sind dem schutz der nacht gereist auf einem gewundenen pfad entlang der grenze des östlichen reiches ich weiß nicht wohin sie wollen und ich vermute sie wissen es auch nicht aber sie wissen dass wir sie jagen bis die kätzerei ausgelöscht ist das gesindel im grenzland gibt ihm unterschlupf und ich finde es seltsam dass mir keiner dem geholfen hat etwas von belang sagen will selbst wenn ich mit dem zorn trinities drohe oder ihnen ein messer an die keller halte schweigen sie weiter sie sterben ohne zu verraten was sie wissen der prophet hat eine seltsame macht über andere noch ein grund ihn zum schweigen zu bringen aha also der fährten suche hat den prophet ist ja hier russisch habe ich jetzt gelernt okay so was tun wir jetzt gehen jetzt zurück ins lager und bauen irgendwie knarre oder was auch immer oder so erst gucken wir mal was hier hier abgeht da können wir doch aufmachen hier okay wir gehen rein wir gehen hier rein wir gehen hier rein dass sie uns suchen sie entlang des mongolischen wegs nach spuren der verlorenen stadt kletcherkaverne hier sieht man nix keine ahnung super also zurückkomme ich jetzt schon mal nimmer doch hier ich werde hier hochklettert kann hier hochklettern da muss dies doch der flüchtige prophet hat das reich verlassen und bewegt sich nach norden ich bin jetzt ein unbekanntem gebiet der trinity orden war deutlich ich soll den falschen propheten und seinen anhängern ans ende der welt folgen und die ketzerei auslöschen ich wollte ihn vor monaten eingeholt haben aber er entkommt mir er durchquert das land der schasaren und den kaukasus hier bin ich im nachteil ich spreche ein dutzend sprachen des reiches aber im hinterland kann ich oft lediglich mit dem schwert kommunizieren ja wie ich ne der prophet so scheint es spricht jede sprache wie seine mutter sprache aha okay also der typ ist dem propheten gefolgt und gefolgt und gefolgt und gefolgt wenn ich hier wieder hoch will muss hinten hinspringen ist auch geil okay hier runter und wir haben natürlich immer die waffe im anschlag das ist klar wer weiß was hier noch uns zukommt nix lara sei vorsichtig und die zeit die zeit verrinnt wir müssen jetzt hier langsam mal ein ende finden für diese folge dann ist eine kiste und es geht wohl weiter ja hier ist kalt und soll ich jetzt hier durchs wasser eine pfeilspitze aus knochen sie scheint mongolischer herkunft zu sein das war ein pfeif pfeil mongolische schützen feuerten sie auf ihre feinde ab um sie zu ängstigen und zu verwirren ja dann kann ich die jetzt auch ich habe mongolisch gelernt okay also der einzige weg hier scheint hier durchs wasser zu sein aber es ist äußerst frisch würde ich nochmal frisch ist es hier es ist egal wir speichern jetzt hier spiel speichern jawohl und schwimmen noch ein paar meter hier rein und dann würde ich sagen beenden wir die folge für heute rechte maustaste zum tauchen auf geht's also dann freunde ich habe den lagerplatz noch gefunden das ist unser neues lager wie es aussieht ja und an dieser stelle hier will ich sagen beenden wir das ganze es geht dann wohl dahinten wenn ich gucke weiter und das gucken wir uns dann beim nächsten mal an würde ich sagen bis dahin euer bam bam tschüssikowski